Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und mit dabei ist der Olaf. Hallo. Hi. Wir wollen uns mal diese Nebenmission annehmen. Wir müssen ja immer mal zur Weltstufe 5, äh, 9 kommen. Ich versuche immer an den falschen Tagen mit dem Dreckzeug abzuhören. Ach, der bekifft, der bekifft, der bekifft, ja, ja. Der ist im Anbrechhaut hier. Der ist immer auch zu schnüffeln. Der kann nicht eines. Na, Himmel, Arsch und Zwirn. Wurde auch Zeit, dass Sie Veränderte schicken. Wie sollen wir denn diese Gottverdammte... Ich bin nicht wegen euch hier. Shit, Mann. Wir könnten echt Hilfe brauchen. Wir haben keinen Kontakt mehr zum Holzfällerlager im Tal. Wer weiß, womöglich haben die verdammten Visagenfresser meine Arbeiter schon völlig zerfleischt. Na, was für ein Problem. Äh, gibt es denn ein Holzfällerlager? Erzähl mir von den Holzfällern. Hast du jemanden hingeschickt? Ja, na klar. Ich brauch das Holz, um die Gräben zu befestigen. Und liefern wir zu spät, sterben Leute! Bloß ist keiner zurückgekehrt. Ich weiß, du hast zu tun. Schließlich, bist du verendet. Aber könntest du rausfinden, was ihnen zugestoßen ist? Ich gebe dir auch einen Teller. Naja, kann sie einen Scheiß behalten, aber wir machen das mal, ne? Na schön, dieses eine Mal. Aber dabei bleibt es. Vorgengokse. Gib ihnen nichts, dann haben sie nichts in der Hand. So, freien Magdewirtschaft. Indem du dich im Griff hast. Hast du angenommen, ne? Ja, ja. Gut. Der geht's wieder raus. Kalan. Wo genau liegt das Holzfällerlager? Nimm den Fahrstuhl zum Hauptbereich. Na komm, nimm die Treppe. Das soll der Fahrstuhl sein? Das kann schon sein. Naja, der Ausgang zu Grönstraße. Der kann ja schräg sein. Wer sagt denn das, der? Muss ja nicht gerade nach unten gehen. Draußen, oh ja, hier draußen. So, ähm. Okay, wir müssen hier runter. Das ist so, als wenn wir hier die Straße freiberäumt hatten, ne? Bei der Hauptmission. Naja, gut. Das wird schon richtig sein. Aber diesmal ohne Gegner. Oder? Doch, wir werden schauen. Oh, mein Herr Gachter. Nach der Musik zu schließen, sind sie gleich da. Können sie gleich wieder hallo. Jo, da ist schon wieder eine rote Lampe. Einmal. Jo, die seien sich gerade hier ab. Da sind sie schon. Jo, das ist schon. So, wir sehen uns, was wir haben. Awe. Jo, die seien sich gerade hier für die Straße. Das ist ja immer noch nicht. Ich bin hier mit diesem Korps. Das ist doch ein Verhältnis. So, das ist ja immer noch. Und auch ein Ergebnis, ist das ein Verhältnis. Ich bin hier mit dem Anfänger. Ab so ein Indizier. Jo. Schütze scharf, ist auch schon wieder am Weg. Jetzt muss wieder nach. Ich glaube Schütze scharf. Einen heißen Empfang. Ach, was haben wir uns damals schwer getan, oder? Mal hallo! Aber hallo, und jetzt gehen wir fast durch mit Butter hier in Stufe 8. Das ist ja hier fast Spielerei. Scharfschützen von der Ferne. Na ja, was soll's, ne? Scharfschützen oder nicht? Wie kommt's für euch? Der ist unten, der Scharfschützen. 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 Ja. 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 Feier! Ja. 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 Nassi, du nimmst ja wieder. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Hast du wieder keine Munition? Nee. Wie, hast keine? Nein! Was machst du mit deiner Munition? Jetzt hab ich wieder weg. Nee, ich hab keine. Probierst du immer hin? Ich muss die andere zu wenigstens. So. 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 Ich brauche noch die Zukunft, greife noch mal ein Gegner auf. Aber ist doch die richtige Missionsfahrt, ich weiß es nicht. Da hinten ist ein schnellerer Punkt. Hä? Hier ist kein Gegner. Ja klar, den haben wir schon wieder gemacht hier. Hier wird ja auch kein Wegweiser angezeigt. Hä, wo ist denn das? Soll das sein? Das ist so, als wenn die Hauptmission mal nachläuft, weißt du? Na warte mal, wir wollen kurz gucken hier, wo es uns hinschicken könnte. Doch, wir müssen hier runter, äh, aktive Mission, Freimarktwirtschaft, doch, doch. Wir müssen da runter. Freimarktwirtschaft. Wir müssen da runter, ja. Gut, dann gehen wir da runter. Aber hast halt keinen Wegweiser, ne? Nee. Das ist ja aber der. Ich sage, das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Naja. Wie immer, ne? Wie immer, ja. Du zahlst teuer Geld und dann, nix fertig. Ja. Ja, äh. Na nu? Na nu? Wo lang jetzt? Weißt du auch nicht, ne? Nee. Nu weiß ich gar nix mehr. Ja. Ja. Deswegen, also. Wenn wir jetzt hier nochmal auf der Karte gucken. Kommt da irgendwie dicht woanders hin? Schwierigend. Waldfahrt. Bestätige mal. Dann war das ganze Kämpfen hier umsonst, um hier hinzukommen, oder was? Äh. Ist ja ein verpacktes Spiel. Aber noch nicht so schlimm wie Cyberpunk, ne? Oder wie es war. Ja, Cyberpunk kenn ich nicht. Ich auch nicht, aber das war ja extrem schlecht, habe ich gehört. Ja, ja. Ich habe ja auch gehört, dass das also beschissen gewesen sein soll. Ja. Und vor allen Dingen haben es nix gemacht, wenn Meldungen in den Kram. Naja, aber die haben ja irgendwie ein paar große Patches rausgebracht, aber trotzdem. Ihr fehlts ne Schweinerei, weil du bezahlst viel Geld und dann kriegst du ein unverschlägiges Spiel. Bestätigen? Ja. Aber ist ja schon seit Jahrzehnten so, ne? Oder jetzt seit zehn Jahren oder später. Ja, die haben es halt Microsoft nachgemacht. Einfach Microsoft nachgemacht. Microsoft hat schon immer so gearbeitet. Alle Betriebssysteme wurden auf dem, ob das DOS war oder ob das sonst irgendwas war, wurden auf dem Rücken des Kunden. Na, Rücken des Kunden. Das wurde entwickelt und die Fehler, die wurden vom Kunden dann gemeldet. Und ausgemacht dann von dem. Und es hat dann Jahre, zwei Jahre gedauert, bis der Fehler herausen war. Und dann haben sie ein neues Betriebssystem herausgebracht. Gegner, ist nicht gesehen, da. Ja, I see. Da ist wieder keine Deckung hier, ne? Scheiße. Achtung, Ding ist hier. Achtung, Ding ist hier. Hey! Na! Ich denke, wir sind so weit weg. Na! Ich denke, wir sind so weit weg. Das war's! Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ne, ne, guck mal, ne. Da kommen noch so viele. Wenn er gespritzt wird ja auch, wenn du kannst. Oh. Huch, wo bin ich denn jetzt? Da zieht sie einen irgendwo rein. Ja, ja, mich auch, mich auch. Ich bin tot. Ich bin nicht tot, aber ich muss jetzt schauen, wie ich da zurechtkomme. Ich bin schon dabei. Ja, ja. Giftspritze hast du aufgestellt gehabt? Ja. Dann entsteht das Eisreißen. Ja. Damit gibts ihn auch, äh, Widerstand. Kannst ja den Sound zerbrechen, weil... ... 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 Achtung hinter dir, ne? Welch Stufe 9, Olaf, jetzt wird es interessant haben. Jetzt sind wir. Hol die Munition. Gut. Wir haben es jetzt hier. Ja, geht ja noch weiter. Wenn der nächste Schwung kommt, dann können wir auch wieder so weit zurücklaufen, wo wir gerade sind, weißt du? Ja. Wieso hast du das schon mal gemacht hier, das Ding? Ja, ja, im Solo-Part. Was, ja? Da mach ich ja, die nehmen es schon gleich alle mit, so wenn es geht, weißt du? So. Ich dreh mal auf. Mhm. So, so, so. So. Zieh dich schon mal zurück, du. Kann man ganz schnell verlaufen, wenn man, wenn die kommen. Ich löse bloß aus, weißt du? Zieh dich zurück, ja, ja, geh zurück. Mhm. Ich löse bloß aus, denn, komm ich auch nach hinten ganz durchgerannt. Fast wie am Anfang, weißt du? Mhm. Ich habe Kiste gefunden. Ja. Das ist mir jetzt egal, die kommen feine runter. Ach, feine Bom. Ja. Und nicht wenige, weißt du? Ja. Er ist in der falsche Hütte gegangen. Ja, ja. Ich bin in die falsche Hütte gegangen. Ja, ja. Ja, du bist wieder ganz normal zurück. Ich habe ja gesagt, da wo wir hergekommen sind. Ja. Aber da hast du keine Deckung, hast du nix. Nein, nein, hier hast du keine Deckung. Du bist wieder jetzt. Ja, ja. Kannst nicht mal beweisen, weil du kannst. Alles ist halt Gifte. Ja, ja. Okay. 3 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, domine dir. 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 Ja, 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 domine dir. Ja. Ich bin hier fertig. Los, rück raus. Blau, ne? Wir sehen uns. Zeig, zeig, zeig. Naja, naja. Naja. Alles blau und dafür so'n Aufwand, weißt? Jetzt hab ich hier nichts. Komm schon! Sag Corrigan, dass ich nichts damit zu tun habe. So, ich geh erstmal raus, sonst quatschen mir die Ohren voll. Ja, genau. Ja, dann können wir hier auch zum Ende kommen. Ja, wenns euch gefahren hat, dann... Guck mal hier, mein neuer Truck. Ja. Ein bisschen modifiziert. Schön angestrichen hier. Ja. Einmal Bohre, wer weiß. Mhm. Doch. Ja. Ja, alright, wenn es euch gefallen hat... Lasst ein Like da. Damit unterstützt ihr auch das Projekt und das Video. Und ja, lass uns überraschen, was wir in die nächste Runde machen. In diesem Sinne sagen wir beide mal, tschüss! Ciao, ciao.